Intels Einstiegsplattform in die Welt der Arduino-Boards heißt Galileo. Die Platine ist PIN-kompatibel zum UNO R3. Im Gegensatz zu den klassischen Boards hat das Galileo aber eine CPU basierend auf Intels x86-Architektur. Vorinstalliert ist Linux. Durch die Linux-Unterstützung und den USB-Port ist es einfach, Peripherie anzuschließen und zu nutzen. Der Einsatz spezieller Shields und hardware-spezifischer Bibliotheken ist nicht notwendig. Wir haben unser Galileo-Board um eine Webcam ergänzt und mit dem WLAN verbunden. Die Leistungsfähigkeit des Quark-genannten System-on-a-Chip überragt die Geschwindigkeit der Mikroprozessoren klassischer Arduino-Boards. Deswegen können wir uns auch an das Thema Gesichtserkennung heranwagen. In unserem Experiment Leica, die freundliche Hundedame, haben wir eine Schaltung und ein Programm umgesetzt, das die Fähigkeiten des Galileo ausreizt. Eine Webcam nimmt kontinuierlich Bilder auf. Ein in Python selbstgeschriebenes Programm wertet diese aus. Es prüft mit Hilfe der Open-Source-Bibliothek OpenCV, ob ein Bild ein Gesicht enthält. Wird ein Gesicht erkannt, steuert unser Programm einen Servo an und lässt die Route der Hundedame schwenken. Drei LEDs vermitteln zusätzlich Informationen zum Status des Programms.